Willkommen zurück zu einer neuen Folge Tod, Elend, Hass und Verderben mit einem Mann, der eben gerade seinen Tisch gegessen hat. Ja, ich hab angefangen Holz zu essen. Weil normales Essen macht mir Angst. Echtes Essen macht mich fertig. Oh, neues Rezept. Ja. Buh. Oh, ein bisschen Schokolade hinzu. Okay, ich hol am besten Mehl gleich. Eier, Mehl, Schokolade. Mehl, Eier. Schmeiß gleich die Schokolade rechts rein. Besorg uns mal hier den Teller. Wird gekleckelt. Was machst du? Nein, wir brauchen nur eine. Ja, wir haben schon mal eine hier auf Tasche. Ich hätte schon längst den zweiten Pfannkuchen fertig machen können. Ja, ich bin schon dabei. Guck mal hier, mach ich Mehl rein. In den linken brauchen wir auch Mehl. Mach ich schon mal Schokolade rein. Dann gießen wir den ab und haben ihn dann auf Vorrat. So. Oh, ein bisschen Teller ist sehr gut. Guck mal hier, Teller, zack. Ja, Teller, wo kommt denn der her, der Teller? Wer war denn so schlau und hat die geholt? Die Tellerfee. Eine sehr kluge Frau. So, hier, das kommt wieder da rein. Okay, wir brauchen einen Classic. Ja, den kann man doch schicken hier, oder? Okay. So, wie komme ich jetzt wieder zurück? Einfach da rein? Ah, okay. Hier steht schon der Nächste. Wollen wir noch einen? Wir brauchen halt mehr Teller. Haben wir so wenig Teller? Ich mache hier einen Teller oben. Okay. Teller, warte mal. Was brauchen wir? Was? Hä? So, warte, 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 warte. Hier, zack. Hier, zack. Okay. Hier rüber damit. Dann haben wir hier schon wieder einen fertig. Ich spüle, ich spüle. Haben wir nur zwei Kackteller, Alter? Das ist ja Wahnsinn. Alter, das ist Qual pur. So, hier kommt ein Ei rein und einen mit nur Ei und Mehl brauchen wir. Aber wir brauchen hier noch einen mit Nougat-Riegel. Ja, dann mach du. Obwohl hier der Ei und Mehl ist fertig, dann packe ich den da rein und links kannst du einen Riegel rein tun. Ja. Läuft doch. Pass mal auf hier. Und dann haben wir hier noch einen Teller, ne? Oh, schnell hier durch. Hier läuft einer durch. Klassiker ist fertig. Ich nehme einen Teller. Okay. Hier ist ein Teller. Klassik. Schicke ich weg. So, läuft. Klassik ist fertig. Wird gebrutzelt. So, der wird gebrutzelt. Masse ist klar. Die Masse klebt. So, er wird gerührt. Ich hole mal noch ein Mehl. Mehl ist dann starten. Hier ist einer mit Schoko. Hier ist einer mit Schoko. Ist fertig. Schoko wird geschickt. Oh nein. Glück gehabt. Da holen wir noch mal Mehl. Da holen wir noch mal Mehl. Keine Teller mehr. Keine Teller mehr. Keine Teller mehr. Okay, okay. Äh, Schokli. Ah, Schokli. Na, und ich bin gestorben. Oh, schade. Warte, hier. Rein damit. Teller sind super wichtig jetzt. Schokli brauchen wir auch. Ich mache Schoko. So, der ist gut. Pfanne drauf. Und eine Barsche. Da rührt einer. Läuft. Ich nehme mal schon Mehl mit runter und lege das hier auf den Tisch. Schoko. Und ich hole noch einen Teller. Haben wir einen fertig. Hier wird Doppel-Schoko. Doppel-Schoko. Teller abgestellt. Einer rührt durch. Okay. Klassiker wird gerührt. Klassiker wird gerührt. Doppel-Schoko. Schoko ist in der Pfanne. Alles drin. Oh, kacke. Jetzt kann ich mir gar keinen Teller holen. Einer ist fertig. Okay, warte. Der liegt drauf. Los, abgefüllt. Klassiker wird gebrutzelt. Klassiker wird gebrutzelt. Ich bringe noch ein Mehl mit. Ich lege das da hin. Oh, kacke. Ich wollte einen Teller holen, aber das geht gerade nicht. Klassiker läuft. Klassiker läuft. Klassiker fertig. Hier ist ein Klassiker in der Pipe. Okay, Teller ist on the run. Was piept da? Ist raus. Klassik. Klassik geht raus. Hab den Teller am Start. So, was ist da los? Schoko. Was ist hier? Klassiker? Ei und Mehl oder was? Ach, der ist fertig schon. Der ist schon fertig. Ja, ja. Der muss in die Panne rein. Ey, warum? Warum? Ich glitche hier so ein bisschen rum. Bisschen glitchy, glitchy. Wow, wow, wow. Ich mach Teller, ich mach Teller, ich mach Teller. Wir brauchen zwei Klassiker. Dann kommt der direkt in die Pfanne. Ach, der ist gar keine Pfanne. Hier, Teller, 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 Teller. Ach, wir haben keine Pfanne oder was? Ja, die Pfanne schlaupt nicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Ja, ja. Jetzt. Wir brauchen Teller. Auf jeden Fall Teller. Ach Mist, der hätte sich direkt wieder reingemusst. Komm schon, einen schick ihn aber noch, einen schick ihn aber noch. Komm, 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 einer geht noch. Mach doch den Teller schneller. Go. Hier hat mein Sohn. Passt. Wunderbar. Das hier läuft, Alter, tausend. Boah. Alter, wir sind die Kings. Wir sind die Rühr-Kings. Super Glitch. Guck mal, wo ich festhänge da. Ah, ich seh's. Alter, das muss reichen, oder? Boah. Mann. Die Kings am Rührer. 88 Tipps. 88 Crew. Onion Man und Kevin. Wir haben's geschafft, yo. Onion King. Bläht immer so lange bei mir irgendwie. Dein Internet ist schwach. Nee, nee, nee. Das liegt am Spiel. Das Spiel muss neu kalibrieren. Komm mal hier, 5,5. Gehen wir rein. Ekelhaft. Oh Gott. So ekelhaft. Wie sollen wir das so schaffen mit deinem alten Herren-Internet? Das ist für alte Männer. Mit deinem Zauberstab. Wir brauchen schon mal deine Plattform. Los, go. Wie? Was rollt die Plattform? Wieso? Okay, okay. Okay, Plattform ist gerollt. Ich brauche Pilze hier drüben. Oh, Pilze. Ich brauche Pilze. Ein Pilz. Okay. Hep, 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 hep. Da sind schon Nudeln in der Pfanne. Guck mal, wie das hier läuft, Junge. Hep, 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 hep. Und zack. Und zack. Zack. So, guck mal, ich habe hier schon drei Teile mit Nudeln. Meine Plattform muss nur gleich nach oben. Und zack. Und jetzt kommt die Lenkung. So, rauf damit. Ja, alles klar. Einmal Nudel. Zweimal Nudel. Ich traue mich nicht zu sprinten, ey. Da liege ich wieder im Busch hier. Achtung. Bisschen runter. Jawohl. Und jetzt in der Mitte fahren wieder. Ich brauche meine gleich. Moment. Jetzt. Go. Das ist noch nicht fertig, das Fleisch. Wollte ich dir nur sagen, ey. Oh, das ist noch nicht fertig. Das wird durch. Egal. Mach die Pilze oder die Tomaten. Stück hoch. Hoch, hoch, hoch. Voll daneben. Ey, habe ich es. Fleisch ist fertig. Runter, runter, runter. Und schicken. Abliefern. Einmal. Komm, man sieht die Pilze wahrscheinlich nicht ran. Muss mich lenken. Okay, in die Mitte mit dem Ding. Es ist, ey, ey, was ist denn hier? Alles klar. Nächste Ladung wird gemacht. Ich brauche einen Pilz hier drüben. Ich brauche einen Pilz hier drüben. Keller machen, warte. Pilz, komm. Oh, Mann, Mann, oh. Der Pilz rutscht runter. Fertig. Da ist noch alles durch. Wir brauchen nur einen Stern, Dr. Parmesano. Professor Parmesano. Das ist so anstrengend. So. Man darf sich von dem Piepen nicht immer beeinflussen lassen. Sagt, wer nicht deine Plattform rüberholen soll. Wenn der mal hier abliefern, was macht der? Es glitscht immer rum, Alter. So kann man doch nicht spielen. Das ist doch Wahnsinn. So. Hochfahren. Kannst ruhig schon hochfahren, die Plattform. Okay. Ich bin ja eh hier oben. Dann los, los, los. Wir haben nur noch eine Minute. Ein bisschen runter. Kleines Stück. Ja, 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 ja. Okay, okay. Alles klar. Ich jetzt. Ist drauf. Ist drauf. In der Mitte ist noch einer. Ist drauf. Pilze ist durch. Doppelflash. Doppelflash. Eins runter. Eins runter. Alles klar. Alles klar. Hopp, 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 hopp. Dann muss auch wieder zurück. Boah, es ist crazy, Alter. Kriegen wir noch eine Portion? Ne. Ich glaub nicht, oder? Ich weiß nicht, da brauchen wir noch eine. Eine Portion. Eine Portion nur noch. Komm schon, komm schon, komm schon. Komm, 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 komm. Wow, 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 wow. Aber dann müsstest du meine Platte quasi schon mal hochfahren und die Steine auch, ne? So. Okay Nein Oh Mann Kaka Egal zwei Sterne Ich bin da fein raus Oh Gott Oh Gott Ich hab ein A Cups Ich hab eine Cot A Cot Boah, dieses Level war echt Also das war Das war Das war nicht schön Es war nicht schön Er will unsere Seele vergewaltigen Oh mein Gott, das wird doch schlimmer 520 brauchen wir Bowser Level oder was? Was geht da ab? Oh mein Gott Es lädt sogar richtig lange Oh, es lädt Oh, endlich es lädt Das magische Level Alteren Internet Wollte wieder nicht funktionieren Okay, was geht hier vor? Ich muss irgendwas hacken Ich hab gar nichts Ich mach Nudelies Ich hab nichts Fleisch Oh Gott Es ist in der Lava gelandet Oh Pilze So, ich hab meine Nudel Hack, hack, hack Fleisch und Pilze Brake Oh Gott, ich muss hier rüber rennen Brake Das ist wie Säure oder sowas Du musst echt hier rüber Ja, ich muss rüber Und jetzt Wow Nudeln sind drauf Und rüber Oh, kacke Kann ich das mixen hier? Jawohl Oh, das ist ja ultra hardcore Hier brennt irgendwas Da ist Fleisch drauf Warte mal Und ich muss das jetzt schicken Da oben oder was? Aber fall ja nicht runter So, jetzt sind die Nudeln Neun Nudeln werden gemacht Tomaten brauchen wir Und Fleisch Fleisch Tomatos Und einen knockigen Pilz Achso, Tomaten muss man auch hacken Alles hacken Und alles in die Panne Und spülen muss ich hier Ey, der Pilz will abhauen Okay, ich sprinte gleich rüber Und versorge deinen Teller Oh, was ist das? Psychedelische Drogen Oh, ich bin tot Oh Was ist jetzt los? Dimension X Alter, ich bin in Dimension X gefangen Alter, was geht denn jetzt ab? Oh mein Gott, was geht jetzt? Kann man da rüber? Ja, man kann rüber Man kann sich bewegen Schnell, der eine Teller ist fertig Mit Fleisch und Nudelis Oh Alter Da fahren Meine Tomaten fahren weg Alter, was ist hier los? Ist noch ein Teller Ähm Ich würde gerne abgeben Aber ich glaube, ich komme da nicht durch, oder? Doch, geht's Nimm meine Pfanne mit Damit ich hier einen Teller abstehen kann So, Nudeln sind da Oh mein Gott Boah, was ist los? Dimension X, ey Moment Sie müssen noch gebraten werden, ne? Ja Glaub schon Ich weiß es nicht Wo ist die Tomate hin? Nein, ich will eine Tomate Eine habe ich abgegeben mit Tomate Vielleicht habe ich hier eins mit Pilz Das ich abgeben kann Oh No Nein, es ist in den Müll gerutscht Wieso schmeißt der das in den Müll? Das gibt's nicht, Alter Das gibt's nicht Nimm die Nudeln Nimm die Nudeln Ich kann nicht, der Pilz Wieso hackst du mich eigentlich weiter? Warum bist du jetzt auf einmal der Schicker? Ich habe die ganze Zeit geschickt Ohne, dass irgendwie was dazwischen kam Es ist zu verwirrend, gerade Oh Kommt schon Pilze, Pilze, Pilze Okay, die Dimension löst sich wieder auf Oh mein Gott Hier ist nochmal Pilze Wo bin ich? Alter, wo sind wir jetzt? Oh no Wie komme ich denn da oben hin? Da brennt's gleich Spiegel, da oben Spiegel Oh Ich konnte eins retten Aber ich habe keinen Feuerlöscher Feuerlöscher ist hier Ich spüle Ich spüle, ich spüle, ich spüle Warte Hier ist ein Nudelteller Ja, mach den weg Oben ist nochmal ein Nudel Okay, kann man abkürzen Alles klar, alles klar Töpfchen Steht jetzt auf einmal bei meinen Pfannen Ein Topf Es ist Es ist chaotisch Was soll ich machen? Du machst es chaotisch Ich mache es chaotisch plötzlich Ich habe die ganze Zeit Habe ich Teller weggeschickt Nichts ist passiert Auf einmal schickt er die Teller weg Ja, weil sich alles verändert hat Keiner hackt mehr irgendwelche Sachen Keiner brät mehr irgendwas Ich bin doch schon wieder am brädeln So, wir brauchen Tomaten Zack, 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 zack Ich hole den Teller hier drüben Wo ist meine Pfanne hin? Ach, die ist da oben Schmutzig Okay, hier Essen, 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 essen Wo ist der Mülleimer? Wo ist der Mülleimer? Da So, Tomatebraten Wir bauen Tomate Ich schneide Tomate Nudeln brauchen wir vor allen Dingen Die Grundzutat Die am längsten brau Äh Boah, wir brauchen jede Menge Tomaten Okay, Nudeln werden gemacht Hier Die werden auch gerade Tomaten gemacht Ich geh zu den Nudeln hoch Ja, auch Tomaten Okay, bring the noodles down Nudels Hol da oben noch eine Nudel Dann kriegen wir zwei weg Nudeln Go, 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 go Abgegeben Nudeln Nudeln Ich kann die Nudeln Ich abgeben Renn Oh, der zählt noch Der zählt noch Oh mein Gott Alter, drei Sterne Bei diesem Boah Crazy Level Boah, die Omi Und der Tintenfischbengel Alter Leck mich Warum essen diese Asiaten immer mit ihren Stäbchen Ich verstehe das nicht Eine Gabel wäre doch einfach angebracht Alter, dieses Spiel Und Leute, wir spielen das gerade am Stück durch Quasi, ja Mein Gehirn, das kannst du Staubsauger rein Ja, jetzt mach ich erst mal Mittag hier nach dem Kartoffelding So Du Kartoffelding Zwiebel Er ist eine Zwiebel Ich weiß nicht mehr Ich dachte auch, Kartoffelding Ich weiß nicht, wer ich bin Ich weiß nicht, wer die anderen sind Wow Was ihr da veranstaltet Ist ja reine Küchenmagie Aber so einer Gefahr Sind wir noch nie begegnet Dieses Kämpfen Dürfen wir nicht verlieren Dieser Kampf Ach, ich kann nicht mal mehr lesen Die Nahrung Die wir in diesen komischen Kohlenhydraten geben Scheint nicht von dieser Welt zu sein Wir müssen nach Norden Und dann immer weiter Bis zum dritten Stern links Und dann geradeaus Bis Frühstück Am Ende muss man Am Ende muss man immer nach Norden irgendwie Ich werde mich nicht beruhigen Wir haben es fast geschafft Noch eine Reise Meine kostbaren Köche Und beeilt euch Ja, noch ein Level können wir in der Folge machen Cthulhu 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 Ich bin kleiner Cthulhu Ei Oh, hier drüben hin Flupp Und 6,1 6,1 Mein junger Freund 700 Was? Oh nein, was ist das denn jetzt hier? Kuchen, Ei, Schokolade Dann nochmal hacken Mische Mehl und Eier mit Honig, Karotten Oder Schokolade Ach du Scheiße Es wird mies Okay, warte, wir brauchen auf jeden Fall einen mit Schurki Okay, und einen mit Mehl Wo sind die Hackbrett? Hackbrett ist da Ei rein Ei rein Ein mit Honig Schokolade, ja genau, beide mit Honig Mehl muss noch rein Beide mit Honig Ist drin, der eine wird hier gerade fertig gerührt Äh, warte, da muss noch Honig und Mehl Jawohl Mehl ist drin So So, wo ist denn die Fahne? Der ist fertig Warum brennt es da oben? Da brennt es, keine Ahnung warum Aber es brennt Wo ist der Backofen? Oben, da wo es brennt, gut Einer ist drin Okay, okay Hab den anderen Äh Dann hacke ich schon mal Honig Hier brennt es schon wieder Hier ist gehackte Schokolade Kuchen ist durch Nächster Kuchen ist auch durch Teller Teller Oh, 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 oh Raus damit Okay, Moment Wir haben Honig und gehackte Schokolade, ne? So So Geh mal weg da Bauen wir ein hier mit Honig Wo sind die Schalen? Wo sind die Schalen? Ach, da oben Schale So Honig ist drin Karotte So Eis drin Ich mach Karotte, ey Eis drin Ich mach noch ne Karotte Mann, 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 Mann Und Mehl brauchen wir in beiden Mehl, geh weg da Ich hol Mehl Ich komm nicht ran Komm Nein Nein Oh, nein Oh, es brennt, es brennt Ich komm nicht ran Nein Oh Gott, oh Gott, oh Gott Jetzt, geh ran Äh, zu spät Bei dem ging es gerade noch so Ne, der muss sogar noch rein Ja, ja, aber Der wär jetzt Weil das Wir mixen immer Doof Das ist immer blöd Wie wir das machen Ich spür schon mal die Teller hier unten Okay, okay Du wirst die Schalen hier neben stellen Dann voll machen Und dann rühren quasi Ja, ja, ist besser so So Honig Ich hol Ei und Mehl Und den Kuchen da oben Hier ist der Schoki Wir brauchen einen mit Schoki 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 ist schon fertig Aber naja So, Schoki Honig Na, wieso stellt er jetzt den Feuerlöscher da hin So Mehl Jetzt nehmen wir den Feuerlöscher mit Jetzt Macht den weg Jawohl Mehl Alter Mehl und ein Ei, ne Ja Dann haben wir das aber So Ich mach schon mal die Teller Die nächsten wieder Und hier können wir Was weiß ich auch schon Schoki reinmachen Ist ja eigentlich egal Ne Ein mit Schoki Wo ist der Feuerlöscher Oben Oh Gott Ich komm an den unteren nicht ran Hab ihn Geht in den Ofen rein So Ei Ich hole Mehl Ich hole Mehl Oh, hier oben ist wieder am Brennen So Ah ne Warte mal Da fehlt noch Mehl Du und ist fertig Da fehlt noch Mehl Läuft So Wir brauchen wieder Mehl Dann für den nächsten Schokri Schokri ist drin Feuerlöschen So Ich glaub der ist fertig gerührt Da unten Der ist fertig Hab ihn Kommt in den Ofen Wir brauchen ein Classic Nur mit Honig Honig Hammer nicht Keine Schale frei Von unten kann rein Der oben ist fertig, oder? Ja Ist raus Nächster Schale ist da Kann mehr rein Teller wird gespült Teller wird gespült Der kann in den Ofen Ich bin verwirrt Was passiert hier mit mir? Schoki Kotolo Kotolo Oh Kotolo Ah Äh Oh Oh Honig und Ei Der da oben ist fertig Der da oben ist fertig Honig Zack 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 Ist abgegeben Honig wird gerührt Hier haben wir noch einen Dann für Schoki Später Oh Gott Der eine muss jetzt noch durchlaufen Komm schon Mehl Alter Wir brauchen gar keinen Schoki mehr Hätten keinen Schoki mehr gebraucht Und einen anderen Kuchen kriegen wir nicht mehr Egal Komm schon Komm schon Komm schon Komm schon T Sekunden noch Der Kuchen läuft Der Kuchen läuft Der geht durch Ja Da unten verbrennt die Küche Aber ja Ja Boah Wir haben keine 700 Nee Alter Diese Diese letzten Missionen Ja die sind Hardcore Die sind Hardcore Die sind echt Hardcore Ich gebe es zu Ich habe nie gekocht Bis der Zwiebel freut sich Über unsere 5 Minuten Terrine Er ist einfach zufrieden zu stellen Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Lasst eine super coole Bewertung da Denn diese Jungs Die brauchen Bewertung Sonst werden sie wahnsinnig Ich hasse Essen Ihr wollt doch keine Wahnsinnigen oder? Ihr wollt doch keine Wahnsinnigen Guck mal hier Gelöst Alter wir gehen jetzt ins Weltall Space Traveler Alter ich will das nicht Wir brauchen für die Mission 70 Sterne Gut bis zum nächsten Mal Küsschen Bewertung Küsschen Küsschen Bewertung Tschüss Bäh 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 Bäh